hallo schaut her was ich hier habe was ich mir heute gekauft habe nämlich eine smartwatch von fossil generation 5 aus edel zu stahl und jetzt werde ich euch diese uhr zeigen aber wie öffnen also ich brauche ich brauche hilfsmaterial ich brauche ein werkzeug oder so messer und keine ahnung mal schauen wie ich die so schachtel so öffnet man braucht doch kein merkzeug um die folie zu entfernen und das ist das ein stück mit hier mit der wirch os und ziel gekauft noch mal hier bei der kaufhof bezahlt habe ich dafür 230 euro habe ich noch rund 7000 auch so ein paypal punkte und effektiv habe ich also 160 euro bezahlt und da ich die uhr jetzt immer hier aus und da ist die uhr schon natürlich hier mit 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 verpackungsmüll sprich und auch ein ladekabel ein ladekabel und auch eine bedienungsanleitung gibt es sonst noch was gibt es nichts nur die anleitung genau bedienungsanleitung garantie hinweise und auch sicherheitshinweise und das ist das ladekabel so allerdings ohne so stecker und jetzt mache ich das hier ab die folie hier und jetzt schalte ich meine neue smartwatch mit geht die an vielleicht sollte ich doch besser die leitung nächsten oder der radio ich muss das ab machen sonst geht das nicht jetzt sollte es angehen wenn das richtig dies verstanden habe ich schatten die noch mal an dann soll ich doch lieber erstmal die bildungsanleitung lesen bevor ich ja die uhr verstöre dann wurde ein ausschaltungsknopf oder ich habe die uhr eingeschaltet vielleicht muss ich die hier in der hand halten die uhr sieht wirklich sehr sehr schön aus edelstein hatte ich hatte heute die wahl zwischen schwarz leder und eben edelstein hat mich wieder entschieden irgendwo hier muss ich die für musik die uhr erst mal aufladen ich muss die uhr doch jetzt hier erst mal aufladen und zwar mit den mitte so lieferten ladekabel und das ist hier alles im lieferumfang enthalten ein ladekabel bedienungsanleitung in sie als hinweis wir sind garantiert bestimmungen um diese ladekabel und dies und die smartwatch selbst da muss ich die smartwatch einstellen und zwar mit mein smartphone das heißt ich beende das video hier bis zum nächsten video und ich wünsche euch ein frohes einen guten deutsch ins neue in neues jahr in neues jahr und bis zum nächsten video schön ist gerade hier angegangen ich muss noch die sprache ändern power of datum about disco net und reset jetzt bin ich hier in den einstellungen power of wieder von neu starten fossil logo bin wir wirklich jetzt gespannt wir müssen mich erst mal hier einrichten lassen und morgen wird ich damit zum ersten mal bezahlen dazu so ein großes erlebnis werden ein sehr großes erlebnis sogar vielleicht war das ja vielleicht liegt er jetzt erst mal und dann werde ich mal in rund 30 min noch mal schauen was sich das eingestellt hat vielleicht muss ich auch erst mal die voci ab unterladen und dann die einstellen uhr eben installieren türkisch zu beginnen hier kann man die sprache ändern auf deutsch die stimme die nutzbedingungen zu ja und jetzt öffnen die so app ich lade jetzt gerade diese app runter und dann werde ich und dann wenn ich dann hier verbinden mit der uhr und dann werde ich damit wohl über die app dass er so dass hier so ganz steuern ich bin so geil ich bin so stolz darum dass ich mir heute diese enkeli dass ich irgendwie so zum matron stehen gekauft habe das ist mein schönster tag ever wirklich jetzt so 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 so